Ups, falsches Fenster. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Noch nicht auf. Habe ich aber schon. Tschüss. Das ist nicht mein Problem, wenn du mit aufnehmen willst oder was verkackst. Warte es 20 Sekunden Zeit. Gut. Ja, kannst ja die nächste aufnehmen. Ja, ich brauche für heute noch eine Aufnahme. Und ich würde gerne mal wissen, ich nehme 30 FPS auf, ist das überhaupt flüssig genug? Ich stelle das mal eben um. Okay, bis gleich. Da bin ich wieder ran und eine Millisekunde fahre ich über jetzt ins... Okay, ich komme nur wirklich nicht mal bis 60. Weiß nicht warum. Ist es jetzt flüssiger? Ich finde nicht... Es ist nicht mehr so durchgängig und es gibt manchmal Framedrops. Deshalb würde ich es lieber so lassen, es gerade eben mache ich gleich. Und wieder bin ich da und ich weiß nicht, gehe ich auf die Eier mit den Katz. So, aber jetzt konzentrieren wir uns ein bisschen aufs Gameplay. Und Team Lila kommt zu uns. Äh, nein. Doch, von der Seite. Alter, was ist denn das? Okay, dann müssen wir schnell den Bogen kriegen. Los, mach eine. Junge! Das ist noch mit Absicht. Nein, du hast es nicht. Das ist zur Unterhaltung. Du hast einfach richtig schlecht getimt. Das soll Unterhaltung sein. Nein, das sollte einfach nur richtig... Entertainment. Arsch. Nein, ich muss den Blockerbogen und riecht auf Goldsbogen. Das sagt mal aufregend. Dafür kann man gechatbannt werden. Gibt es hier schon einen Chatbogen? Nee, nee, nee. Übersteuere ich manchmal. Nein, gell? Ich bin so gut, ich kann nicht übersteuern. Hab mein Mikro jetzt mal ein bisschen leiser gedreht. Hatte ich schon in letzter Folge, glaub ich, gesagt, dass ich das leiser gedreht hab. Ich persönlich bin es besser so. Aber ich frag da ja mal lieber euch. Ist es besser so? Wenn ja, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Höh, 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 höh. Pfff. Nein, hat einer Gold. Ja, ich hab auch Gold. Ich hab schon einen Bogen, aber leider... Der Gegnern halt. Der ist easy one-shot-wetten. Er ist tot. Du bist einfach hingelaufen, hast ihn getötet und gehst wieder zurück. Ich brauch Krypt. Ach, genau in dem Moment ist Gold gespawnt. Ich hab Gold. Das war das Schicksal, Alter. Die sterben. Die jetzt runterspringst du. Manche Leute denken echt, nur weil man einen Bogen hat, hat man keinen Schwert. Falsch gedacht. Und dann sagen die gleich schon mal, Höh, höh, kann man. Alter, es gibt nur noch die zwei Teams, denn der eine ist alleine. Natürlich hat es ein Team ausgelöst. Und Team Team hat keinen Bogen. Das wird einfacher als ich dachte. Ja, okay, dann ist das. Du kannst denken. Ja, man schießt so. Ja, ich hab manchmal auch kleine Aussätze. Der weiß doch, das schaffst du alleine, oder? Bin ich mir unsicher. Ja, einer hat nämlich Full Equip. Man kann ganz leicht runtergeschlagen werden bei dem. Es ist halt, stehen wir dran. Ja, aber der mit dem Full Equip hat sich eingebaut. Ich springe einfach runter, aber aufs Bett ab Ende. Das ist nicht so leicht. Ich schlag dir. Man kann da super leicht runtergeboxt werden. Jetzt nicht mehr. Ja, genau! Alter, die hatten jetzt mehr Glück als Verstand. Haben die einen Verstand? Da ist irgendwas gerade kaputt gegangen, glaube ich. Yo, yo, yo! Ne, die haben richtig Glück, ne? Ne, ich hab richtig Glück. Ach, unser kleiner Lacker. Tschüssi. Ja, man, denkt, der hat mich gerade noch damit erreicht. Ich bin eh tot. Alter, ich hatte eineinhalb Herzen. Ich springe einen Block runter und zwei Blöcke. Ich hab ja nicht einen Bogen, warte. Ich bin gerade eben zwei Blöcke runtergesprungen und hatte eineinhalb Herzen oder zwei Herzen. Und bin daran gestorben. Okay. Leute, das war unlogisch. Gib's zu. Ich frag ja auch nicht dich. Ich frag eine tolle Community von 20 Personen. Sehr toll. Ey, du hast keine so große. Aber das habe ich eine viel Skillingere. Ich glaub, 50% bei deiner Community spielen nicht mal Minecraft. Bist du Hellseher? Ja. War ich hauptberuflich. Wie der Schneemann tut Hunger. Wer kennt noch alles The Craft Attack? Ich denke mal alle. Aber mir fällt kein Thema mehr ein. Ey, die zerstören die ganze Zeit die Eisen. Beziehungsweise sehe ich, ob es zerstört. Shit. Aber ich hab alle beide. Ja, okay. Ich bin jetzt auch da. Ich denke mal nicht, dass die mich bemerkt haben. Komm, es hat mich nicht bemerkt. Ich warte jetzt einfach mal, dass die kurz in die Mitte gehen. Hm, er hat mich bemerkt. Wie die es eigentlich immer haben. Den ersten habe ich. Den zweiten habe ich. Ich muss nicht gerade so wissen. Ich finde, soll eine Speedrunde, ne? Ja. Sollten wir auch machen. Okay, hier baue ich mich ja hier raus. Der erste ist. Nein, warte, lass mir den zweiten, bitte. Ey, der macht so gezielt, diese Masse. Sechs Minuten, ganz schön kurz. Na, reicht, damit sie heute noch kommt. Ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Schaut bei mir an die Looplist vorbei. Guckt mal in die Video-Beschreibung. Ne, guckt mal in meine Kanal-Beschreibung. Irgendwie liest die keiner. Ciao.